Hi Willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Quest. Ja, wahrscheinlich schon der achte oder siebte Part, müsste der siebte Part sein, in dem wir Quests machen. Und mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht noch ein bisschen dualisieren sollte in Sachen Waffen, weil ich kann es. Ich könnte zum Beispiel hier die Watt-Giraffe einsetzen, äh herstellen. Die ganzen Witzwaffen oder ein Durandal. Ich würde mal ein Durandal erstellen, ne? Okay. Bing! Und für den Stempel, deswegen bin ich hier hingegangen, weil hier habe ich noch ganz wenig Stempel. Ich würde mal einen Titan-Knöchel erstellen. Oder einen Wasserwitzwinger. Können nämlich ganz schön nützlich werden. Oder Impulsklingen. Mein Gott, ey. Wer hat der Illusionist? Und Pascal hat es. So, dann tun wir noch ein paar andere Sachen herstellen. Wie zum Beispiel ein Flammeur, da muss ich zum Beispiel Auer haben. So eine Quest. Oder einen Ziphyrus. Hätte ich vielleicht Eisbrüder machen sollen, weil das hätte mir bestimmt geholfen. Eine Eiseskälte. Oder den Beschützer. Die Echsen-Schlechter. Egal. 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 Hätte ich wirklich Art und Snitch. Egal. Egal. kohlegriller kreis 4 kreis 4 strich ja ein kebab warum auch immer eine runden wurfklinge mit dem firefox gestalt da ist der firefox gestalt der reißer jäger ein zerschrotter als vier machen sollen ich voll idiot wir können einen spritzwasserstab herstellen oder einen lupa rupa weil man nicht gerade auch noch zweimal oder dann kann ich auch noch egal so haben wir mal wieder ein paar sachen hergestellt warte mal lass mich mal gucken was ich jetzt hier freigestellt habe ich kann mir jetzt hier kampfwurfklinge vorhin mache ich auch weil man weiß ja niemand mann gebrauchen kann so dann weiß nicht pipi nato wieder auch noch nach war könnten wir zum beispiel gehen eiseskälte reizen kann man hier stellen ja ich kann noch ein paar sachen genau klamotten könnte auch noch erstellen ich kann das meeresblaue erstellen bands oder ein cocktail kleid oder nichts ok warte mal rüstungen noch da ein zauberer gewandt daraus könnte ich noch einen wildkatzen gewandt kann natürlich sein dann kann ich hier noch ein paar sachen zusammenbinden ich alles machen können nein dann keine ahnung dann gibt schwäche mann und so dann können wir mal zwei dinge auf einmal hier haben also zwei immunitäten immunitäten aber ja immunitäten eigentlich ne schön ist ja meine hand gibt steinwand lebens langsam bahn und schwäche waren ich muss gefühl waren einfach irgendwann ausrüsten also da haben wir mal hier wird gestellt und hat mich jetzt herstellen mein gott mache ich ausgehen und gibt auch springen ab dann gehen wir mal nach tils estor weil da wartet ja schon ganze zeit mit quest weiß ich ob das sei war der uns der ganze zeit er rufen wollte aber erstmal nicht mehr so gar nicht vergessen so erstmal fünf minuten nur dualisiert geil man hat doch was mag ich habe schon konnte ich mir irgendwo kaufen ich mir irgendwo gekauft ich weiß nicht egal guck mal bahn stufe 4 961 sind code den homoiden aussenden wenn sie ihr aktivitäts limit überschreiten auch armes mädel anscheinend hat die kleine ihr verfallsdatum überschritten ich erfinde mitleid für sie aber wir können da nicht viel tun wir gehen in countdowns auf völligen abschaltung bitte ich will leben ist sie kaputt humanoide sagen nie dass sie leben wollen vielleicht hat die hier eine art bewusstsein entwickelt oder so dann wäre sie ja genau wie sophie bitte pascal kannst du ihr helfen ja schon aber ich weiß eigentlich gar nicht wie humanoide funktionieren es sind vielleicht baupräne im archiv das archiv ist in der stadt alles klar dann sollten wir uns diesen archiv mal das archiv mal ansehen einverstanden im archiv warum auch nicht wahrscheinlich ist jetzt hier auch eine kräfte mal sehen wo mein daten kommen können jemand aus der umgehung ihnen aus versehen genommen mitgenommen im archiv also im homoiden da vor nehme ich mal an ja es kann ja als wir sagen in der stadt ist hat man oder oder wenn man schiebt hier mein gott hier ist ein archiv idiot okay dann guck mal ich glaube blöd so dann würde ich aber sagen nehmen wir mit dem part hier fällt es im wenig besser machen ein bisschen mit der story weiter also viel können wir ja eigentlich nicht mehr machen sowohl in der story als auch nebenkosten mäßig deswegen hohei ein bisschen die story weiterführen können wir jetzt mal als mit sieben parts nebenquetser saulangweilig hey hier liegen immer noch dokumente rum vor dem finalkampf werde ich wahrscheinlich sowieso noch ein paar quests machen also anstatt direkt da rein zu stürmen das sollten humanoiden baupläne sein bist du daraus schlau pascal klar warte mal ich habe es kapiert ja jetzt blick ich da voll durch kannst du sie reparieren vielleicht wir werden eine menge material auftreiben müssen selbst dann wird es wohl nicht so einfach werden ihre laufzeit verlängern aber was sollt ich bin ziemlich gut ich glaube wir kriegen das schon hin hast du das gehört pascal wird dich reparieren also gut ihr wartet hier während ich den kram zusammensuche ich werde dir helfen ich auch so viel vielleicht könntest du bei der homoiden bleiben und ihre gesellschaft leisten also wann wurdest du geboren mein fertigungsdatum ist ist ich kann mich nicht erinnern du bist wirklich ungewöhnlich die meisten humanoiden würden das nie vergessen stimmt das vielleicht hast du recht ich habe oft die befehle meines meisters missachtet er sagte immer er werde mich wegwerben er sagte ich sei defekt du hörst dich an wie ich nein es ist unmöglich du bewegst dich wie ein mensch du bist mit menschen unterwegs es liegt daran dass ich meine ursprüngliche programmierung ebenfalls lange vergessen hatte übrigens du bist kein normales modell oder wieso würdest du erschaffen ich bin protest ich bin eine waffe die speziell dafür entworfen wurde einen bestimmten feind zu töten das ist wunderbar ich bin nur ein ganz gewöhnlicher humanoid du hast einen grund zu leben ich da bin ich mir nicht so ganz sicher wieso willst du leben ich weiß es nicht will einfach leben das ist alles was ich weiß musst du sein waffe schon gut sein die lebendig ist hast du etwa auch sorgen fast so als wärst du ein mensch vielleicht kannst du das verstehen weil du ein humanoide bist es ist wunderbar ich bin neidig mein alter meister hat immer gesagt es muss schön sein einen humanoiden zu sein und sich niemals sorgen machen zu müssen ich glaube das war sarkasmus aber betrachte es doch einmal von der anderen seite was wenn sorgen es sind die uns von jenen unterscheiden die war leben ich sagte ich will leben und ich weiß nicht wieso aber der gedanke beschäftigt mich seit einer weile vielleicht hatte die sorge zur folge dass ich mich weiterentwickelte du bist wirklich interessant danke ich glaube nicht dass deine freunde rechtzeitig hier sein werden mein leben wird enden wie tränen im regen warte wenn du dich jetzt abschaltest werden wir dich nicht wieder hochfahren können kann ich dich um etwas bitten was immer du willst wenn ich abgeschaltet bin willst du dann meinen speicherkern an dich nehmen ich will dass du ihn bekommst er soll dich erinnern an die törichten humanoiden die dich bewundert hat es werde ich besprochen wenn ich irgendwie in diese welt zurückkehre kann ich vielleicht sorge empfinden ich will sein wie du mua verflixt wer kommt zu spät hier sophie das ist ihr speicherkern sie wollte also eine humanoide wie du sein ja aber ich glaube sie hatte unrecht ich meine was den ganzen sorgen kram angeht inwiefern ich meine sie mich doch an ich lebe und ich mache mir überhaupt keine sorgen bereitet es dir sorgen dass du dir niemals sorgen machst man oh man das ist es du bist menschlich weil du lachst jedenfalls ist das meine theorie kannst du dir einen seelenlosen humanoiden vorstellen der versucht zu lachen vielleicht hast du recht einen speicher kann erhalten ok er wird noch wichtig wenn ich mich nicht irre ok dann müssen wir weiß ich nicht ich bin mir nicht sicher ich bin mir nie sicher ich schätze nur oft so ist hier noch irgendwie nein ok dann lass mal gucken mein tils esst du ernährung geben cornell da war doch der typ der lambda so der eine typ hier der mit lambda gesehen worden ist das heißt also er muss irgendwo im labor sein humanoid labor ne gucken wir uns da mal um muss ja wahrscheinlich wieder noch ganz hinten sein ok dann gucken wir mal im humanoid labor humanoid labor humanoid labor humanoid labor ja wir sind hier noch man ist echt hinlaufen jetzt hey warte ok dann gehen wir mal so dahin nehmen ist ja nicht soweit nein oh schuldig's cutter das ist der weg den ich gewählt habe auch aus tales of asperia dann okay das ist ja direkt hier ne ich würde sagen wir machen noch das und ach was was hab ich noch am Anfang gesagt was ich noch machen wollte weiß ich gar nicht mehr ah egal machen wir noch filmen wir noch die 25 minuten dann machen wir weiter ging dann nach dem plan okay ab nochmal laute musik äh ach ach war gar nicht okay stimmt war nur das um diese tür zu öffnen ne wahrscheinlich muss ich hier na geh weg so danke äh lalalalalalalalala roi lalalalalala wahrscheinlich muss ich hier ganz am ende hin so ganz hinten da wo lam da war oder was weiß ich sonnegeschoss 4 7 verstehe sowieso nicht warum man sich nicht sofort da teleportieren kann genau okay war ja den speicherpunkt vielleicht hier rein nein ich glaube das war nicht das war konnels labor ne äh arbeitsplatz sag ich jetzt mal nehm ich mal an das muss hier irgendwo in der nähe sein in irgendein raum war ich jedenfalls aber hier ist nichts mehr war im untergeschoss 3 nehme ich an wer das oder boah keine ahnung aber hier irgendwo irgendein raum war das auf jeden fall schon finden im waffenlabor war auf jeden fall nicht das weiß ich noch ach mal hier ist er noch können wir mal hier gucken hm hier nicht auf jeden fall irgendwo in irgendein raum war das sorry weiß ich noch hm nein ich habe natürlich da ist mit dem stern markiert nicht irgendwie so ein ort den man antasten muss hier oder verdammt ja ich weiß nicht echt irgendwie so ein ort wo man prüfen drücken muss ja was nein ja ich geh jetzt einfach mal jeden raum hier ab wenn ich gegen niemanden kämpfe dauert das ja nicht so lange ja erstmal als wir ja durchgelaufen sind weg weg aus dem battle music start wir gehen ja schon ein bisschen mehr aus aber ich habe die macht des spams und einsetzen immer wieder ein vernünftiger kampf ungefähr schön wir sind action machen immer schon lange mehr ja in den nächsten parts wird wieder mehr action geben mehr story und mehr fortschritt so kann auch mehr äh flüchten ich habe es jetzt natürlich in so einer während so eine aus dem bett musik kommt natürlich zu flüchten aber was soll es wäre ich auch den ganzen weg hier umsonst und das ist gar nicht hier und das muss ich wahrscheinlich schneiden was soll ich euch da nicht an ne hm muss doch irgendwo hier sein beim aus der näheren umgebung ich bin jetzt schon mal weiß ich wie weit weg nicht hier ah nö dann kommen wir da raus und oben rechts gucken ne na 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 komm hier muss er dabei jetzt sein ha ein awesome hm was ist das hey sophie ist das hier das labor in dem du entstanden bist so wie ich es in erinnerung habe ja hier wurden auch viele andere humanoide gebaut warte mal du hast doch nicht etwa vor eine neue humanoide zu bauen oder vielleicht vielleicht aber auch nicht hey kann ich mal diesen speicherkern haben bitte ist gut ähm ist das dann auch richtig ok ich dachte eigentlich wäre egal wenn ich da jetzt noch ein paar ausgewählte materialien dazu gehöre dann könnten wir sie voll ins Leben zurückholen du hast doch gesagt du könntest sie nicht mal mehr reparieren sobald sie abgeschaltet hättest ja ich rede viel ich hatte aber nicht an den kern gedacht hier drin sollte man alle erinnerungen stücken bitte tu es pascal es wird total einfach ich muss bloß diese baupläne aus dem archivraum kopieren toll lass uns jetzt die materialien besorgen und an die arbeit gehen oh ja ich weiß was das war oh was oh ich muss bis alle haben oh ne ok die tue ich off screen zusammen basteln und oh gott ich dachte ich wäre wegen dem daten ich war jetzt hier boah jetzt bin ich echt am überlegen könnte man ja ein knapp vom finalen kampf machen hm 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 halb waal mache ich jetzt weiß nicht ich könnte die ble dare ich könnte die Folge auch gleich beenden eigentlich aber was zum teufel Direkt man das jetzt nicht mehr Ja, würde ich aber sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge im... So, warte, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich vorm... Ich möchte jetzt gucken, ob ich nicht hier irgendwie was Spoiler... Ja doch, Gardia Schacht, okay. Im Gardia Schacht, wo wir auf nach Lambdown, auf nach Richard gehen. Das hat sich jetzt nicht so gut angehört. Egal. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge von... Let's play Tales to Quest, es ist wirklich mein PSV Zuschauer und dann tschüss!